Der Fortune-Dogs-Slot Hi, hier ist Franke von den Casino. Der Fortune-Dogs-Slot von Habanero Gaming ist ein Cartoon-Slot. In dem Spiel rund um die Glückshunde drehen sich die Walzen mit verschiedenen süßen Tierbeinen vor der Kulisse einer chinesischen Kleinstadt. Auf den Walzen dummelt sich ein Pinscher, ein weißer französischer Guru, eine Bulldogge und ein Polizeihund. Weiters gibt es hier Spielkartensymbole, einige Fastfood-Bilder wie Nudeln oder Pizza. Um höhere Gewinne zu erzielen, können sich die Hundesymbole verdoppeln oder sogar verdreifachen. Dies gibt ja die Chance, bis zu 15 verschiedene Tierbeiner auf die fünf Walzen zu bringen und so hohe Gewinne zu erzielen. Du sammelst Münzen aus einer Schale. Jede Münze wird zu dem Mini, Minior, Major oder Grau-Jackpot über den Walzen hinzugefügt. Sobald der Jackpot ausgelöst wird, zeigt ein Klick auf die Glücksmünzen, welche der Jackpots gewonnen wurde. ein Klick auf die Glücksmarkung. Ein Klick auf die Glücksmünzen wird von Animationen begleitet. Hier springen fröhliche Hunde rund um die Rolle. Sie liefern etwa Fast Food mit einer Rolle aus oder sie spielen Kartenspiele um Casino Chips, wenn große Gewinne erzielt wurden. Die Cartoon-Charaktere bringen hier Freispiele. Spiele den Vorton Docslaut auf WC-Handys mit der Art und Art und Art und Art und Art. Hat dir dieses Video gefallen, dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es etwas Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.